Es geht um einen König und sein Schloss und ein Zauberpferd. Haben Sie das schon mal gesehen? Erdfeuern sich! Hast du je gesehen, dass ein Kind mit einem Pferd so glücklich war? Ja, das hab ich. Du bist ein großer Champion. Wenn du galoppierst, bebt die Erde. Der Himmel öffnet sich und der Weg ist frei. Der Weg zum Sieg.